Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest Ja leider hat es nicht gespeichert wie ich das wollte Aber dafür gibt es ja zugesehen zwei Videos Er hofft wieder nicht zu Na los So, ich werde das versuchen genauso zu machen wie in das Vorvideo Ich glaube hier war nichts drin Und dieses, diese Videos gibt es dann ab 16 Uhr Hoppla Aber gut, hat nicht funktioniert Darum Ist das jetzt auch nicht so schlimm Ich will das nur alles wieder Ja gut, okay, hat er nichts übernommen Gut Nicht, dass ihr denkt Er schildert Nein, tue ich nicht, nur für euch hier So So Diesmal machen wir das Gegenteil Wie 14.30 Diesmal retten wir ihn nicht Ja So machen wir genau das Gegenteil So machen wir genau das Gegenteil Was Was jetzt ein bisschen nicht so schön ist Ähm Verzeiht mir, falls es irgendwelche Ruckla gibt oder so Aber ich rendere noch grad ein Video von Ähm Und 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 ich werde keine rote Farbe nehmen Das habe ich mir auch so gesagt Damit ihr seht, dass das halt exakt dasselbe ist Und Daumen Ja Naja Hier schon durchschneiden alles So Ja Die Rüstung Ja Wie viel? Achso Können wir jetzt mal so nicht mehr herstellen Ich hoffe auch, dass das Video ein bisschen schneller geht Das ist ja dasselbe wie 14.30 So gesehen Ich weiß noch nicht, ob ich dieses hier jemals hochlade Okay Wie gesagt Das ist an sich Exakt dasselbe Video wie 14.30 Das kann ich nur immer wieder wiederholen Erst ab dem Monster wird es viel leicht anders Die Reflektionen sind sinnlos Schade Ah, komm, hier so dicht Wow Ha Ich hoffe sehr, dass das hier nicht leckt und hängt Aber bis jetzt ist alles, muss ich sagen Verdammt Achso, die Uhren hatten wir schon leer gemacht Nicht so schön Und ich werde jetzt hier auch nicht alles nochmal machen Gut, alles aufsammeln muss ich trotzdem Das muss ich trotzdem Das muss ich trotzdem Weil ich spiele ja mit diesem Spielstand so gesehen Und dann auch weiter Also an sich Muss ich jetzt doch nochmal spielen Ich habe lange überlegt, ob ich dieses Video so gesehen Wie überhaupt hochlade Und dann nur das Zweite, das Nächste mache Ah, da hätte ich mir so gedacht Ach Das klappt schon So So Och, du großartig Gibt es so das Rendern vom Vorvideo Jetzt noch 5 Stunden dauern Ich hoffe, weil ich spiele Na, guck mal Und ich hoffe Bis wir vielleicht diesmal doch ein bisschen mehr sehen Was wir vielleicht verpasst haben Ach, die Babys waren hier Hier vorne schon Vielleicht treffen die mich ja diesmal nicht Ja Sehr gut Der Speicherstand hier ist jetzt wichtig für mich Ich weiß sogar nicht mehr, ob man dann nochmal hier reinkommt In die Sahara In das Laborat... Was? Laborat... 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 Ich hoffe das richtig ausgesprochen So Ich weiß gar nicht, ob man hier nochmal reinkommt Keine Ahnung Sehr gut Und... Nein... Huh... Tch... W... T... Moment! Ja! Vielleicht verlieren wir diesmal nicht so viele Pfeile, wenn wir gegen den End-Boss kämpfen. Wäre natürlich auch nicht schlecht. Neben haben wir sowieso kaum verloren gehabt. Das ist auch gut. In der Folge übermorgen. Mist, jetzt habe ich schon was gesagt. Mist. Ihr habt das einfach mal nicht gehört. Könnt ihr noch gar nicht wissen. Vielleicht bin ich auch gestorben. Was? Rosanes? Das habe ich vorher auch noch nicht gesehen, aber ich glaube das ist nichts. Alter, 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 Alter! Ja! Wer ist Megan? Oh! Ah, das ist das hier. Ja, richtig. Ja, stimmt. So war das. Ich sag mal so. Ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise interessant ist? Weiß ich nicht. Alles war das? Was ich vergessen habe? Slideshow Routed 2. Ich weiß nicht, ob das wirklich interessant ist. Wenn ihr das mal sehen wollt, dann würde ich dafür nochmal ein extra Video machen. Aber jetzt nicht hier mit rein. Wie gesagt, finden muss ich jetzt erst recht alles. Das heißt, in dem Video gehe ich wahrscheinlich noch ein bisschen weiter. Aber eigentlich haben wir auch schon vorher alles gefunden, würde ich mal sagen. Das war ungefähr, wo was lag. Ich sch bin. Ach so. der erste eine zweite aufnahme ist mache ich mal ein bisschen was nicht ganz so tolles aber hier ist es auch nichts wo man sagt hier von da komme ich ja gut ich will das hier unten jetzt nicht zu lange machen ich wollte das jetzt nur mal kurz selbst reingucken ach so hier kommen wir gleich rein jetzt könnt ihr euch hier nochmal den Scheiterhaufen anschauen gut geben tut es hier drin nix also wieder raus ihr wollt nicht denken dass ich das jetzt hier für immer wieder mache oh nein noch irgendwo ja ach da tack zack am liebsten jetzt gar kein Leben verlieren gut brauche ich nicht ach ging ja jetzt doch ein bisschen schneller als ich gedacht habe guck mal da drüben da könnt ihr durch die Dings gucken und laden gut das mit dem laden naja 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 genau ich werde es trotzdem nochmal abspielen das falls ihr das vorherige nicht gesehen habt dass ihr das jetzt hier seht was mich nur wundert vielleicht habe ich das schon vorher gesagt warum sind da so viele Leute oder überhaupt so viele Leute um den einen zurück zu kriegen um ein Kind sag ich mal zurück zu bekommen das verstehe ich nicht so ganz man muss das Kind ja unglaublich wichtig gewesen sein warum ist hier noch so viel Strom so ich bin nicht rot übrigens und gut dann werde ich jetzt euch in der nächsten Folge sehen und vielen Dank fürs Zuschauen abonnieren ich gebe doch noch oben schreibt den kommt darauf wie es euch gefallen hat tschüss gut schnell gesagt